Unmöglich, Agrobatik! Nein! Es war die andere Flosse. So ein Mist, jetzt habe ich vergessen, wie das war. Habt ihr eine Idee, wie das gewesen sein könnte? Nein! Ah, du meinst das Brett andersrum? Meinst du etwa so rum? Nein! Meinst du so rum? Nein! Ah, du meinst so rum? Ja! Seid ihr euch sicher? Ja! Soll ich mal probieren? Ja! Muss das sein? Ja! Ja! Klappt ja gar nicht. Jetzt weiß ich wieder. Nein! Das ist die Rola Bola. Soll ich da mal drauf springen? Ja! Ja! Dann dürft ihr bis drei zählen und dann alle hopp ganz laut starten. Eins, zwei, drei! Ja! 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 Moment! 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 Jetzt könnt ihr klatschen. Ich bin endlich da oben angekommen und ich frage euch, wollt ihr ein ganz gefährliches Kunststück sehen? Ja! Ja! Einen dreifachen Salto durch einen Reifen gesprungen? Ja! Ja! Muss das sein? Ja! Dann reich mir doch mal bitte den großen Reifen. Das ist meine Assistentin. Ähm... Ah! Einen großen. Oh, leider. Sagte ich einen dreifachen Salto? Ja! Ja! Ich zeige euch nur einen zweifachen. Ja! Ich zeige euch nur einen einfachen Salto und den zeige ich euch in Zeitlupe. Könnt ihr zu Hause heute nachmachen. Einen! 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 Ich brauche noch einen Assistent. Gib mir mal den kleinen Reifen. Der Große weg, der Kleine kommt. Dankeschön, Applaus. Jetzt, jenes Kunststück, was ihr eben gesehen habt, noch einmal durch diesen kleinen Reifen. Haltet euch lieber wieder fest. Also aufgepasst, ihr habt aufgepasst. Falls ihr mich verfitzt, könnt ihr mir helfen, da wieder rauszukommen. Rechte Flosse hinten. Rechte Flosse vorn. Moment, dann Melone. Habt ihr jetzt noch so gut? Jetzt, linke Flosse. Linke Flosse. Und Hilfbrot. Das hat mich gefallen. Passt mal auf, jetzt seid ihr dran. Alle, die da jetzt haben, so eine grüne Seegurke in der Hand. Nein. Die dürfen die mal hochhalten. Jetzt seid ihr dran. Ihr dürft jetzt der Reihe nach vorne katapultieren. Aber gefühlvoll. Weil ich bin keine Schießbudenfigur. Auch wenn ich vielleicht so aussehe. Du darfst anfangen, zuerst von unten schön geworfen in meine rechte Flosse. Und die dritte Seegurke. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Und die dritte Seegurke. Von dir. Und meine linke Flosse. Bei drei. Eins. Zwei. 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 Wunderbar, sehr schön. Und die dritte Seegurke. Von dir. Bei drei. Ein. Wir zählen jetzt alle nochmal auf drei. Und dann darfst du auch einen Schritt weiter vorkommen. Eins. Zwei. 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 Wenn wir nochmal zählen. Eins. Zwei. Drei. Jetzt. Jetzt wird es langsam knapp. Also ihr seht jetzt noch ganz zum Abschluss des dritten Schuljahres auf der Königlichen Froschschule die drei Seegurken-Jongelagen. Auf der Rollerbohle. Bei drei. Eins. Zwei. Zwei. Hopp. So. Alle. Gut. Ja. Gut. Okay. Weiß schon. Ich kann's nicht. Drei. Alle. Hopp. Waaah. So lange bis es euch gefällt. So lange bis es euch gefällt. So lange bis es euch gefällt. orial. Ich bin leer worden. Ich bin leer worden. So lange bis es euch gef anniversary. So kleine bis es euch gefälltbede. Und okay. Es tut mir Zeit alles gut. Ich hab's gut. Erachtenszkgarten. p!!!!